ähm, okay gut, ich könnte die beiden da oben natürlich dann da unten hinsetzen, aber da müssten die unten ja irgendwie oben sein ich muss die ja isolieren, die Dinger so, so, hilft auch nix, nee nee, das geht ja sowieso so nicht wie soll denn, wie soll denn das wieder funktionieren boah, das ist echt, das ist ja wieder schwierig also ich muss die Teile irgendwie man wird so, achso, wenn ich so mache geht es natürlich nee, geht auch nicht so geht es natürlich auch nicht weiter wie soll denn das gehen, ich will diese Tür auch öffnen vielleicht kann ich die eine gar nicht öffnen das ist wahrscheinlich so ein Trickding ja, hey, das haben wir gut gemacht, wow, da passt ja alles zusammen was ist mit den schwarzen ich muss sich die schwarzen, die sind ja eh egal, oder kann ich die voneinander trennen so, so Moment, ich packe das Ding da unten rein dann packen wir das Ding da oben rein ich hab kein, äh, wie soll, wie soll denn das funktionieren da hab ich jetzt ja echt, da, also da fehlt mir jetzt ja echt jede, jegliche, jegliche Vorstellung davon weil da kann ich nicht durch aber die Felder da unten, die sind ja auch trotzdem Teil, ja, sie müssen nicht Teil des Domino-Rätsels sein weil ich müsste die Dominos halt einfach auch richtig setzen wenn ich die jetzt den hier so kann ich den hier so reinsetzen ja, so soll's passen dann ergänzen sich die beiden ein bisschen dann ist jetzt halt nur noch der eine der leider nicht da, nicht hinpasst, wo er hingeht und also, nee, es passt ja auch nicht, weil ich muss ja ich muss zumindest eine muss ich da unten in das Eck reinsetzen nee, aber das ist, boah, das ist echt, das, das verstehe ich nee, das, das, das ist mir, äh, keine Ahnung gut, aber ich würde sagen, Aufnahmepause für, für heute ist viel zu lange schon gemacht ja, danke, wow, ähm, was war das jetzt? das war die Maus danke fürs Zusehen und ich hoffe, bis zum nächsten also, bis gleich, Leute, tschüss so, und schon bin ich wieder bei mit einer neuen Aufnahme zurück hier bei The Witness ähm, was es mit diesem Rätsel auf sich hat keine Ahnung, das lassen wir erstmal aus und vor wir werden hier noch öfter herkommen aber jetzt gucken wir erstmal da nach oben und wir kommen, wo kommen wir denn da raus? ach, ach, hier kommen wir raus oh, oh, das ist mir ja gar nicht aufgefallen dass da ein Loch drin ist okay, na, gut zu wissen so, jetzt sind wir hier noch bei diesem Karton okay, gut, Moment, das schaffen wir jetzt ähm komm, wir machen das so geht das so? und die inkludieren wir so, ähm, die exkludieren wir nee, das ist ja eigentlich doof so also so wird es auf jeden Fall nicht gehen leider falsch nein, warum ist das falsch? das verstehe ich nicht so ähm, gut, dann machen wir eben müssen wir eigentlich nee, wir müssen Moment ein bisschen doof komm, wir können es eigentlich auch warum war das jetzt eigentlich falsch? nee, so geht es sowieso nicht Moment, bin ich jetzt zu doof? ja, offensichtlich ja schon so, wir machen mal den da und da können wir auf jeden Fall ich habe keine Ahnung was ich hier gerade zusammenbastle aber ich glaube, es ist falsch oh, guck mal, es ist falsch das hätte ich mir jetzt nicht gedacht nee, Moment wir machen den da außen vor na gut, nee so wird es auf jeden Fall nicht gehen gut, aber wir könnten ach, so machen wir es nö nö das bringt, das bringt so auf jeden Fall nix ich müsste den einen die drei da nee, Moment mal so ich muss die nee, Moment, wir kriegen das so nicht gebacken die beiden, die stören mich weil das Problem ist wenn ich dann so mache obwohl ich könnte ja trotzdem irgendwie so machen dann hätten wir zumindest die vier schon mal drin aber jetzt stört mich natürlich das eine schwarze Ding ja das dachte ich mir fast ähm, so so hätte ich mir vorher gedacht wäre wahrscheinlich nicht blöd dann die beiden da dazu aber jetzt haben wir da unten leider immer noch den Fall dass das andere nicht passt hm ähm ich bin ich bin ich jetzt echt zu blöd also die beiden da oben die kriege ich da unten nicht nicht dran gepackt nee komm, wir könnten das aber auch so ah, wir könnten es so probieren Moment nee, aber ich muss den da ich muss das Problem ist sobald ich hier den da mache ähm kann ich die da unten nicht mehr verwenden, ne ah, wie nervig das gerade ist ich bin ich bin gerade das erste Resor und ich verkack's schon so das ist das sind ja gute Voraussetzungen so ähm ah, so wird's auf jeden Fall was also das ist definitiv richtig hey wow Moment kurz, kurz mal ähm nochmal weg so ähm diese Tetrissteine die machen mich ja die machen mich ja eigentlich etwas fertig so wenn wir so machen so dann da die beiden dann da ran ja bringt halt nix weil das da unten immer noch nee, ich muss das Schwarze von den anderen trennen hm also so hätten wir zumindest die beiden die beiden oder nee, das geht das geht ja auf keinen Fall so ne Moment, weil weil das Schwarze Klümpchen da leider drin ist also geht's auf keinen Fall nee war aber irgendwie auch verständlich ich müsste es echt irgendwie so hinkriegen denke ich jetzt wieder zu kompliziert weil es ist ja schon oder wie ist denn das zählt das wo der Block drin ist das zählt ja das zählt ja wahrscheinlich ja genauso mit oder so das ist das geht sowieso nicht nein also daher haben wir es jetzt ich bin jetzt gerade echt ich bin leicht überfordert ja komm ich bin echt überfordert ich lass das hier mal kurz das bringt jetzt glaube ich nix dass ich da jetzt noch lange herumprobiere aber wir könnten da hätten wir auf jeden Fall wenn wir richtig ah ich verstehe schon wir müssen da richtig reinschauen ich meine wir müssen da eher nee, näher ran oder wie kriegen wir da den Container rein oder weiter weg so ich muss von da ran gucken oder nee wo könnte da der richtige Punkt sein vielleicht da oh ah oh da ist eine Schiffanlegestelle toll warum habe ich das vorher nicht nicht gecheckt ne aber da ist auch irgendwie falsch oder ja irgendwie ja schon so gut wir könnten aber jetzt mit der ne Moment machen wir da mal kurz ne haben wir auch schon okay so gut dann gucken wir jetzt mal weiter weil ich meine es muss ja eh nicht alles gelöst werden ich möchte jetzt mal alles lösen aber ich befürchte dass wir ach eh schon alleine wenn ich mir das ansehe wie viele Figuren wir hier noch äh uns hier noch fehlen mal gucken vielleicht finde ich irgendwo eine Komplettlösung und dann werden wir gucken dass wir wirklich alle machen ähm naja aber wahrscheinlich wird das ein bisschen schwierig schauen wir mal so auf jeden Fall sind wir jetzt hier jetzt schauen wir mal wo wir hier noch nicht waren in welchem Gebiet waren wir noch nicht ich hätte das Schiff eigentlich auch nehmen können hab ich aber nicht habt ihr vielleicht gemerkt so wir waren glaube ich da drüben noch nicht oh ist das ein chinesischer Garten oder sowas Moment da laufen wir rüber so die Tür scheint zu zu sein hat das etwas zu bedeuten ich will hier rein aber die Tür scheint zu zu sein okay nein weg gut dann gucken wir mal das Vernünftigste was man immer macht wenn eine verschlossene Tür ist wir gucken ob wir irgendwo rundherum rein können so wir kommen da hinten vielleicht rein ja scheint er wirklich oder geht es hier rein ja scheint er wirklich so zu sein aber was ist das hier hier waren wir auch noch nicht oder Moment mal muss ich mal kurz gucken waren wir hier schon ne das sieht neu aus gucken wir uns diesen verfallenen Turm kurz an oh ein Kelch okay ich weiß nicht was es mit diesem Kelch auf sich hat wahrscheinlich liegt jetzt irgendwo wieder so eine Notiz oder sowas oder ne auch nicht was hat es damit auf sich meinen Kelch könnte man wahrscheinlich so positionieren dass er irgendwie ach ich merke gerade ich habe da hinten dies diese Geschichte habe ich ja auch noch nicht ach ja es fehlt mir doch noch einiges aber jetzt zuerst mal zuerst mal Richtung diesen Dojo da ja gucken wir uns da ist auch schon wieder so ein schwarzer Monolith ach ey Moment ist das ah da oben ich sehe schon da oben ist so ein Kreis Moment den machen wir gleich haben wir da jetzt schaffen wir da jetzt so irgendwas runter da nö so so da kommen auch oder ist das ein Ende ist da ein Ende in Sicht bin ich wirklich aber so ne so schaffen wir das ja auch nicht wirklich oder aber wir müssten hier ran ah so so wird ein Schuh draus ja genau das sieht gut aus so machen wir es so einmal go die 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 ein war Moment Rätsel das selbe können wir da noch unten auch noch machen das ist die Frage wo ist da der der Endpinöbel wo ist denn da wirklich der Endpinöbel ach da so aber ich glaube das müssen wir dann eher von von wo weg machen wir denn das können wir uns da dann so rumdrehen wahrscheinlich ja nicht oder ne komm aber den möchte ich ehrlich gesagt jetzt trotzdem noch irgendwie gleich mal machen aber ich glaube da müssen wir eher hier irgendwo rüber ne aber das hätte da Moment das hätte unten eigentlich ganz gut gepasst da ne dann kommen wir zumindest hier den Weg runter oder ne das geht sich ja aber hier ging es sich doch schon halbwegs aus komm ich probiere das mal kurz so vielleicht schaffen wir es ne schaffen wir nicht weil da so ein Stein ist aber der Winkel an sich wäre trotzdem ganz gut probieren wir es so mal stehe ich zwar drauf auf dem Ziel aber hey ne so geht es auf keinen Fall weil der Winkel an sich wäre doch nicht schlecht ach komm ernsthaft probieren wir es so mal ne jetzt guck können wir da oben wieder nicht vorbei so 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 ist es viel zu nahe ja da komm ich da wieder sowieso auch nicht ich lass das erstmal lassen wir erstmal bleiben so wir öffnen den ne wir gucken zuerst außen rum okay so ein kleiner schöner Zen-Garten aber gut wir machen die Tür auf komm Türchen öffne dich go so aber ansonsten was haben wir da da ist irgendwie okay da können wir dann reingucken so ein bisschen geheimnisvoll rein lugen in das Ding da ist eine Säule mit einem schönen Muster okay ach und da sind wieder Kabel das freut mich ja sehr Kabel hatten wir ja schon lange nicht mehr ach je je so bitte einmal öffne dich go ähm oh ja das mit dem öffnen da los ach hey ne dum 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 ja nee ich weiß nicht wo werden wir hier das Muster rauskriegen was wir hier fahren sollen ähm ne gute Frage zick zack zick zack zick zack zick nö hm gut das ist jetzt wieder eine gute Frage gute Frage nächste Frage wo könnten wir hier eventuell das Muster da ist ja schön erleuchtet die Figur hier wo könnten wir hier eventuell das Muster finden wo könnten wir hier eventuell das Muster finden puh das ist eine gute oh ich ach ich seh gerade ja warum machen wir denn nicht einfach da den da ja dann geht die Tür eh auf muss ich nicht kompliziert von draußen machen so jetzt haben wir hier einen kleinen aber feinen oh ein Bonsai ähm okay ich seh gerade komm wir können beide mitnehmen nö können wir nicht weil wir können nein wir können um den Baum nicht rumfahren töte den Baum ja toll wieso können wir Moment da müssen wir so machen so können wir um den Baum rumfahren so was passiert jetzt hier genau ach die Tür geht auf die Tür rennen gehen auf ah okay und da kann ich jetzt wahrscheinlich ah da leuchtet jetzt wahrscheinlich irgendwas raus ähm okay ich seh es schon kommen ah ja okay ja gut ich glaub so machen wir das go lustig ja schön so so dann da wo ist denn da der Start sag mal der ist da unten ähm ja der Start hilft mir hier nix hab ich ach so ach ich muss hier Moment ich muss hier so durch okay passt verstanden hab ich schon mal gesagt dass ich das Spiel echt cool finde so und hier na super da ist wieder alles verschüttet warum warum ist hier immer alles kaputt hier sind auch noch Tafeln kann ich die schon irgendwie aktivieren was haben wir da da ist auch irgendwie so äh äh warum sieht das so grässlich aus weiß man nicht so genau na egal so dann sind hier Tafeln aber die können wir noch nicht aktivieren jetzt machen wir nur hier die letzte kurz die wird das natürlich helfen so wir gehen von oben so zickzack nach unten ja zickzack zick äh achso ach wir sind was was ist denn jetzt los warum ist das jetzt weg ich dachte ich hatte das hallo Spiel warum hast du mir das wieder wieder verwehrt haben wir da ein Zeit ach wir haben da echt ein Zeitfenster ach herrje das muss muss doch nicht sein oder ja aufsichtlich muss das schon sein warum muss hier ein Zeitfenster sein oder warum was war da jetzt los weiß man nicht so genau so was das ach das war falsch oh gut wenn das falsch war dann das ich dachte das war richtig warum war das falsch ach wahrscheinlich weil hier doch irgendwie Äste kaputt sind oder nee nee das muss doch eigentlich muss das doch richtig sein und wir starten hier ah ich sehe gerade okay wir müssen da Moment ein bisschen ein bisschen weiter zurück nee ein bisschen weiter vor dass wir genau so weil der Ast da oben ist abgebrochen das bedeutet ich muss eigentlich so gehen und da so weil die abgebrochenen Äste die zählen ja trotzdem als ja so jetzt passt's okay gut war ich doof kommt vor so und jetzt da ist zickzack ist das wirklich nur ja das ist jetzt zickzack Baum des Lebens sehr schön so jetzt aber also zickzack zick nee so nicht groß zickzack oder klein zickzack groß zickzack okay also so hoffe ich zumindest was hab ich da bin ich da jetzt nicht nicht ich glaube ich bin nicht ganz runtergekommen oder ja sehr schön so False TikTok WordPress God K K K K K K K K